hallo und herzlich willkommen ich bin der max und heute gibt es ein bisschen kommentiertes gameplay hier im hintergrund seht ihr schon player unknown battlegrounds ja das spiel hat mich so ein bisschen in seinen bann gezogen und da bin ich nicht alleine denn wenn man sich die steam charts anschaut dann steht battlegrounds ganz oben warum das so ist das möchte ich in diesem video versuchen zu erklären ja also ich habe mit freunden zusammengespielt ich habe allein gespielt oder auch als duo denn das sind zum beispiel die möglichkeiten die man momentan hat um dem spiel noch eine gewisse taktische tiefe zu geben aber darauf möchte ich dann später auch noch mal kurz eingehen jedenfalls haben wir eine menge menge spaß bisher gehabt seit dem release das ist am 23 gewesen wenn ich mich nicht irre und wir haben aber vorher schon die möglichkeit gehabt in der geschlossenen beta fleißig zu zocken das war dann immer am wochenende und die leute die ich so kenne die das spiel spielen die waren immer ganz heiß drauf wenn die server wieder angeschaltet wurden und sie waren auch sehr traurig wenn die server wieder abgeschaltet wurden warum das spiel also die leute so in den band zieht warum das spiel so krass einschlägt das will ich also versuchen zu erklären nun fangen wir erst mal damit an es gibt natürlich verschiedene andere spiele die denselben gameplay background haben wie battlegrounds denn das spiel ist von jemandem gemacht dessen namen es trägt nämlich player unknown das ist sein nick name er ist aber auch der erschaffer von battle royale das ist eine modifikation einer modifikation und zwar deset von ama 2 und damals fing das einfach an dass er die idee hatte ich müsste doch mal mir überlegen wie man die leute ein bisschen dynamischer und ein bisschen flotter in gefechte rein bekommt ohne dass man halt wie in day set stundenlang lootet und vielleicht einfach puff von einem sniper ausgeschaltet wird und dann ziemlich frustriert ist und der frustfaktor ist dann eben nicht mehr so hoch und das stellt man eben auch in battlegrounds fest danach wurde er rekrutiert von sony für h1z1 und dort hat er dann den spielmodus battle royale oder auch bekannt als king of the kill nun für h1z1 ja erschaffen als berater als kreativer kopf und auch das habe ich gespielt h1z1 king of the kill aber es gefällt mir nicht so sehr wie battlegrounds und warum das möchte ich euch auch gleich ein bisschen erklären denn h1z1 wirkt für mich mit der grafik und auch mit dem gameplay stil mit den bewegungen animationen so ein bisschen kindlich will ich nicht sagen aber schon so ein bisschen hektisch und für ich weiß nicht junge menschen zugeschnitten ich weiß nicht wie ich es wirklich in worte fassen kann aber es gefällt mir nicht so gut wie battlegrounds und battlegrounds wirkt für mich irgendwie erwachsener es sieht besser aus es hat meiner meinung nach auch bessere gunplay mechaniken und im allgemeinen finde ich das spiel einfach etwas erwachsener aber gut da scheiden sich natürlich die geister da kann jeder auch eine andere meinung haben gerne diskutiere ich mit euch darüber das waren jetzt einfach nur so meine eindrücke ich kann jetzt natürlich auch nicht von mir behaupten dass ich h1z1 king of the kill wirklich viel gespielt habe aber nichtsdestotrotz bin ich nie wirklich fan gewesen von derartigen ja ich will sie mal looter shooter nennen man springt also aus dem flugzeug ab man landet auf einem ja begrenzten landstück auf einer landfläche hier in battlegrounds ist es halt eine insel die eigentlich doch ja mittelmäßig groß ist und eigentlich auch ausreichend und man sammelt dann in gebäuden und in der walachai in der landschaft halt seine ausrüstung und seine waffen zusammen um dann gegen ja bis zu 100 andere spieler anzutreten und das interessante an diesen gameplay mechaniken ist aber eigentlich dieses sich miteinander messen und vor allem auch die taktische komponente die mit in das spiel einzuhält dadurch dass man eben die landschaft die gebäude die verschiedenen deckungsmöglichkeiten eben in seinen in seinen spielstil mit einbezieht und versucht sich eben vor dem gegner einen vorteil zu verschaffen und fakt ist natürlich wer den anderen zuerst sieht und es schafft in eine bessere schussposition zu kommen der hat meistens das einzelne duell gewonnen aber dazu kommt eben auch noch dass diese landfläche ja immer kleiner wird es gibt halt einen begrenzten kreis der immer kleiner wird und die spieler sozusagen aufeinander zutreibt und am ende ist es halt einfach ein unglaubliches gefecht und ein sehr dynamisches gameplay und das ist glaube ich auch die faszination die das spiel bei vielen spielern auslöst einfach dieses miteinander messen dieses ich kann den shooter spielen aber ich kann auch gleichzeitig feststellen wie gut bin ich denn darin ja und ich habe sofort einen effekt natürlich ist man auch frustriert wenn man unter die ersten zehn kommt und es vielleicht nicht schafft den ja letztendlich ersten platz zu machen also alle anderen gegner auszuschalten aber wenn man stirbt ist es meiner meinung nach nicht so frustrierend wie das bei vielen anderen spielen der fall ist ich sag mal zum beispiel deset ist da ganz speziell man looted stundenlang sein zeug zusammen freut sich über seine tolle ausrüstung und dann kriegt man einen headshot von einem sniper und fängt von vorne an das macht man ein paar mal ich habe deset fleißig gespielt aber irgendwann war es mir echt zu blöd weil es ist einfach ein zeitfresser und bei battlegrounds schalte ich den computer an ich starte eine runde und wenn sie zu ende ist kann ich noch wieder ausmachen ich mache es aber meistens nicht weil ich immer noch eine runde spielen will und nochmal eine runde und nochmal eine runde weil ich denke jetzt schaffe ich es aber jetzt muss ich einfach versuchen eine bessere taktik zu finden oder eine bessere entscheidung zu treffen und das ist auch so ein punkt in diesem spiel die entscheidungen die man trifft was passiert wenn du eine spezielle entscheidung triffst ist es sinnvoll zu diesem baum zu laufen zu diesem baum zu laufen oder lieber noch ein bisschen hinter diesem felsen zu warten das sind alles so geschichten und am ende sagt man sich ach war jetzt doch blöd wäre ich mal doch zum haus gelaufen und diese entscheidungen ich glaube das ist das faszinierende mit an diesem spiel dass die spieler einfach trotz des einfachen gameplays bestimmte entscheidungen treffen müssen und im nachhinein sich aber selbst immer noch hinterfragen können und sagen können okay das war nicht gut von mir das war nicht clever von mir oder da hat er jetzt einfach eine bessere position gehabt man ist dem gegner gar nicht böse und man kann immer noch sehr gut nachvollziehen im spiel warum wurde ich erschossen was es genau passiert das gibt es in vielen spielen gar nicht als battlefield 1 zum beispiel rauskam habe ich gedacht naja vielleicht kriegen sie die kurve aber irgendwie dann doch nicht weil ich werde oftmals einfach umgeholzt und weiß gar nicht warum weswegen wieso und im battlegrounds ist das für mich eine einfache mechanik und das funktioniert einfach super obwohl ich sagen muss dass ich eigentlich immer viel zu zaghaft bin nichtsdestotrotz hoffe ich dass ihr so ein bisschen nachvollziehen konntet warum das spiel die leute so begeistern könnte oder warum es womöglich die leute so begeistert und vielleicht seid ihr auch meiner meinung was ich natürlich sehe ist dass dieses spiel mit mehr content versorgt werden muss und vielleicht gibt es auch bald noch ein paar andere spielmodi vielleicht mit einem kleineren spielfeld mit speziellen spielfeldern oder eben auch mit einer kleineren spielerzahl dass man eben kurze schnelle matches noch spielen kann und natürlich muss einfach noch ein bisschen content reinkommen neue waffen neue skins und so weiter aber da hat man schon seitens der entwickler versprochen dass da noch mehr kommt ich denke es wird viele viele studios geben die sich ärgern und sagen warum sind wir eigentlich nicht darauf gekommen warum können wir nicht solche einfachen aber so erfolgreichen spiele machen nun da würde mich dann auch von euch noch mal interessieren was haltet ihr davon habt ihr es gespielt spielt ihr es momentan warum begeistert euch das spiel und wenn ihr es nicht spielt warum spielt ihr es nicht das also meine fragen an euch ich würde mich freuen wenn ihr mir zum video einen daumen nach oben da lasst gerne können wir auch diskutieren über das spiel und über eure oder meine meinung zum spiel schreibt einfach in die kommentare ich sag danke fürs zuschauen tschüss bis zum nächsten mal